Nächste Stufe erreicht so, ich meine, wenn er die 10 Jahre Revue passieren hat, als er 10 war, Digga, bis zu 20, als er 12 war, haben wir uns getroffen, jetzt schon 8 Jahre her, krass, Digga, jetzt gehe ich auf die 30 zu, Alter. Ja, dass es da ist, du hast noch 10 Jahre Zeit, Digga, da ist es chillig. Nächstes Jahr werde ich auch 20, das hat Geld. Aber Simon, fun fact, zu deiner jetzigen Position, wenn du 21 bist, bist du in deiner besten Phase in deinem ganzen Leben. Keiner kann sich aufhalten mit 21. Aber, aber, man muss das so sehen. Ja, du hast Godmode für ein Jahr. Ich würde Bungee Jumping mit Hals machen, Bruder. Ja, Mann. Das sowieso, aber du musst es ja mal so sehen. Bungee Jumping ohne Seil. Mama, Papa, das widme ich euch. Papa, vertrau mir, ich habe Godmode, mir passiert nichts. Beim Livestream noch, Digga. Nein, fun fact, hat deine Mom schon gratuliert oder so? Nee, die schlafen. Spass. Nein, Mann, mein Gott. Ja, Mann, mein Witziger. Ähm, wie nennt man das? Krass, aber, keine Ahnung. Irgendwie, ich stelle es so, als ob Simon so richtig erwachsen wäre, so 20. Keiner, als ob er viel älter als wir sind. Zum Geburtstag für Glück. Zum Geburtstag für Glück. Komm, Mau. Zum Geburtstag für Glück. Sing, das Lied zu Ende, Mann, Alter. Nein, Mann. Digga, komm schon, Mann. Ich habe mir zu Ende, was ich angefangen habe. Moritz bringt es aber vom Bett nicht zu Ende. Oh, oh, ho, 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 ho. Oh, ho, 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 ho. Bruder, get burnt, Bruder. Oh, Digga, der hat dich zerstört gerade. Ah, Mann. Oh, ho, gold. halt.